Willkommt zu einer neuen Runde Deutschland, ich bin deutsch, Deutschland Heute gegen hamster, would like to facetime you Wir sind beide deutsch Ja, und wir können fliegen, das dürfen wir bitte nicht vergessen Ich habe irgendwie das Gefühl, dass sie hier oben sind Komm, lass sie facen Links ist einer und geradeaus ist einer Ja, ich stelle mich dann mal hier hin Das ist rechts Nein, doch Der WALT Der WALT So auffällig hat sie in der ersten Runde, glaube ich, noch keiner gemacht Bis auf Thomas Ja moin Wahrscheinlich Echo Ja, die etwas andere Echo halt, ne? Einer ist long Einer ist longtool Seid alone, holt ihr den Counter Terrorist win Schön Oh mein Gott Ja man, was muss los Ich hier labreiten will Ich habe eigentlich das Gefühl, jetzt gerade muss ich gar nicht mehr Nope Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Na moin Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Aber bei seinem SWIRF in Global Elite Glauben die doch selber nicht Counter Terrorist win Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr Ich kann nicht mehr In der Der ist lang, der ist lang. Kann ich den nicht holen? Da sieht man schon als ob die Hacker sind. Bestimmt 200 HP, der Typ. Der Taloso aus Interesse, wie ist der Zwischenfilmer auf den Kopf gefallen? Will dir nochmal eben zeigen, dass wir da sowas auch drauf haben. Der Typ ist gelieft und hat 24 Stunden und dann bekommt er erstes. Der hatte glaube ich Wurzeln mehr. Ich weiß nicht, ob das war, weil ich dem gerade aufs übelste die Ehre genommen habe. Ah ja, der ist lang durch. Paul, es ist letzte Runde. Das könnte nicht sein werden und du kommst gar nicht. Links! Ich höre Musik, ich höre sowas. Wow, da hast du schon mal einen ganzen Kill. Ein ganzer Kill? So. Und ein Assist. Den darf man nicht untergraben. Jetzt sehen wir mal, wie der Glaubenssmurve spielt. Was muss der Typ eigentlich gemacht haben? Wollte ich geschwitzt. Ja, weißt du. Halt's. Riesen. Ich schieße bei uns hier auf den, der verschwindet einfach. Läuft ein Stück, kommt dann wieder kurz bevor er verschwindet. Hast du irgendwie früher einen Treppensimulator mit der Maul... Aha! Ja moin, wer kennt sich? Das ist der Bot, der andere, der richtig... Ja, der Typ... Ja moin. Das ist ein Waller, ey. Kann gleich bei Walling mitmachen. Wird jetzt mein neuer Standardspruch. Links, 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 rum, links, rum, links, rum, links. Ich weiß nicht, wo links ist. Ja, links ist... Hä? Ich hab den doch da gespottet. Doch gespottet. Ja. 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 Moin. Ja. So verlieren wir das. Das war jetzt... Vielleicht... Ich weiß schon, dass wir uns... Äh... Drei oder vier Runden hintereinander nur mit Headshots rausgenommen hat. Jeden von uns. Musst ihr gleich mal ne Wiederholung angucken, wer mich verholt hat. Ben, nimm da... Deine Aufnahme, muss man... Ja! Oh! Weißt du, ich seh ihn. Ich gucke mich überall um. Seh ihn nicht. Springe... durch den Nebel. Der holt mich im Nebel. Alter. Und er hat mich noch nicht gespottet. Er kriegt nen Report, auf jeden Fall. Lächerlich ist das. Lächerlich. Wenn ihr mehr von dem Format sehen wollt, schreibt es doch bitte in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und abonnieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr keine Videos verpassen wollt.